so halle leute und es geht weiter mit und dann schenkt sich hiebsch im trocken wird und wir müssen nach nordern reisen und nach nordosten kann man richtig drehen so wenn die nach nordosten gehen und da war das nütter haben wir ja auch schon ne hoffe ich ich hoffe wir haben ja kein normaler trinken mehr gar nichts aber egal blöd egal jetzt sehr blöd andere geht down alles geplant und flatsch ist ein bisschen geholfen war schon knapp das war so wir müssen nämlich durch die teile verpeilchen gegangen aber wir müssen schnell laufen alles mal ignorieren und schnell die dings rein wenn wir es denn können ja ich fange das schon ab ja meine maus hat mir zwar sehr aber hoffentlich ist es nicht weiter schlimm die tür öffne mal die sack oh sie hat ja ne heilung nicht drinnen so so hier geht die quest los gerade mal der dunklen roten jäger ja wie man schon erkennt sack hm keine gegner aber gleich äh ja gleich glaube ich äh äh ja etf ah nee noch nicht etf w lora ne jetzt mal an zu können westerst du jetzt auch nicht lohrte als grab mal genau die spächer war erst mal hat eine geist bringt aber mit dem blut stein beruhigern um lohrte als kita daran zu binden was meint ihr Ich bin Alana. Risa, die eine Blutmünderin. Mehr. Ich hatte nicht erwartet. Leb wohl. Jetzt bebt er es. Aber wir dürfen endlich kämpfen, wenn die ganze Höhle ist davon jetzt verseucht. Oh Gott, ey. Die sind echt gut. Stoffel 45. So. Angepasst. Ah, ich glaube, bevor ich... Ne. Ähm. Ich muss zurückkehren. Wir ignorieren mal die ganzen Scheiß-Wiecher, weil wir uns da jetzt... Ist ja jetzt eine Höhle raus. Wir ignorieren natürlich jetzt. Ja, wir ignorieren sie. Weil... Weil wir viel hier sind. Und wir kämpfen müssen. Wir需要 unser Haus. Sind, sind. Ach, die Arme. Sie sind nicht gerade leicht. Das ist nicht richtig. Eikes Verrecke, es ist nicht gut. Ich kann nicht klicken. Komm, den krieg ich da und so. Alle da und schade. Aber... Na, nein, es sind 1000. Ne, oder? Ja. Das ist nervig. Die sind so schwierig. Ich mag keine Geister. Zum Glück habe ich vor allem gespeichert. Und die müssen wieder da. Scheiß drauf. Ein Preis. Aber okay. Viel Geld haben wir jetzt nur noch genug. Da ist es 46. Leider nicht mehr. Nehmen wir natürlich den Teleporter. Reisen nach. Westlicher? Süden? Westlich? Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang. Ich glaube, machen wir wieder hier. Wenn es sich da schon war, das war, glaube ich, da. Im Süden. Südlich. Und dann kennen wir eigentlich Reza. Reza. Zu uns bringen. Hier war der Teleporter. Zu uns bringen. Oder an uns binden. Da ist noch ein Tropfen, oder? Kann sein, will ich nicht mehr. Und die Nerven. Da ist noch ein Tropfen, oder? Da. Da. Die letzte Quest. Abschließend. Ja, bringen wir es. Einfach hinter uns. Beschwörung. Gut. Fertig. Wollte auch nicht beschworen. Ähm. Sehr witzig. Ähm. Ja. Natürlich. Gruppe ist mal eine Handvollzählig. Moment. Oh. Tut mir aber auch sowas von leid. Ach. Zu schenke. So. Können wir später wiederholen. Würde mir sehr gefallen. Genau. Endlich haben wir Razer und unser Team. Sie kann einfach mal die annehmen. Sehr gut für ihren. Sie ist ein ganz gut, oder? Na ja. Was kriegt er? Gibt uns Blutbogen, obwohl? Na ja. Kein Kommentar. So. Das muss hier hin. Kann sie gut gebrauchen. Den seltenen Ring. Ja. So. Hofstein hat sie ja auch noch. Weil. Alles bereit. Die Maus wieder mal heute, ey. Ähm. Ihr seht es zwar nicht, aber ich. Und ich sehe nicht gut aus. Ja. Was hat sie denn so für blutmäßige Fähigkeiten? Auslösen. Ähm. Schaden. Oh. Das ist gut. Okay. Opferruhne. Gruppenscheinreise. Boah. Okay. Erweiterte. Oh. Aber nee, danke. Ist ja ein Selbstmord. Aber wir könnten mal alles gehen. Ich würde versiegen. Ist 43. Ich bin schon 2 Level unter. Aber wir müssen schon überleben. So. Ich habe jetzt noch gar nicht die Skil. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich jetzt nicht weiß, es ist so richtig. Geistige Waffenverbesserung. Resistenz. Ich kann auch mal ein bisschen Bogen skillen. Ähm. Weitschuss. Ähm. Das braucht sich nicht so. Eigentlich. Eigentlich braucht sich das ja auch nicht hier so. Also nur den Schaden hältst. Gut vergießen. Das kann so ein Eimer skillen. Das ist dann neue Hilfe für mich hier. Das kann man auch noch mal skinnen. So. Und zum. Wada, wada. Das ist noch eine Waffenverbesserung. Bla bla bla. Abwehr. 58 geschickt liegt. 58 geschickt liegt. Waffenverbesserung. Und das ist immer noch Waffenverbesserung. Ähm. Wadwada. Okay. 30 Fährungabschaden oder. Geschicklichkeit. Aber das denke ich mal ist okay so. Hat er bloß eine Fähigkeit. Na gut. Dann mal los. Mit Reza. Hoffentlich macht ihr auch gut Damage. Will hier nicht. Naja. Geht so. Aber jetzt können wir. Das ist das Gute. Wir können schon weiter. Naja. 90 Damage oder 60. Wiss ich gar nicht. Ist ein bisschen. Undeutlich. Aber egal. Wir können jetzt so dem Bossgegner. Der ja unglaublich ganz weit oben ist. Wir porten uns da einfach hin. Weil wir da schon hinlaufen sind. Aus Versehen. Aus Versehen. In Anführungsstrichen. Ganz weit oben. Egal. Siehst du. Sehen sie. Voila. Da ist der. Und eine B-Sequenz. Zack. Hä? Kann ich angreifen jetzt? Mensch. Da soll die Waffe aussehen. Nicht diesen Scheißteil da. So. So. Spiel speichern. Das geht weiter in die Höhle. Die. Keine neue Abrüstung. So. Siehst du. Die Fähigkeit muss ich noch ausrissen. Außer wenn bei ihr. Das ist eine. Verwüßter Schlag. Ha. Verwüßter Schlag. Okay. Kann man die nicht schieben? Ne. Wofür kann man die nach schieben oder nicht? Egal. Soll es so sein. Leichnam. Was? Ähm. Ich glaube das ist eine Nebenquest dazu gewesen. Die wir glaube ich nicht gemacht haben. Upsi. Wer noch kommt. Weiß gar nicht. Und wenn. Davon sterben wir nicht. Unter Magier. Okay. Ich glaube nicht dass wir ihn verlängern. Ja. Mehr. Ihr habt das Bautzart zerstört. Ich habe. Keine Angst vor euch. Ich fühle mich mächtig. Das ist nicht dass wir ihn aufhalten. Okay. Und irgendwie ist sie. Du bist nicht gorgesst. Ich glaube nicht. Du wegen ihnen. Ich bin bereit. Du bist.